Tollen Tobokampf! Wie wärs mal mit nem Beförderungschance-Kampf? Nein! Nein! Chyba tatasen jetzt! So! Ja komm, Alter! Ich hab schon meinen Fuß gehoben! Steh doch mal auf, du Kuh! Ah, zum Glück hat's gesessen! Ich wollte meinen Red Shard nicht benutzen, wenn sie so lange so auf dem Boden ist! Deswegen bin ich absätzlich von ihr weggegangen! Los! Find's lustig, wie die Tortenschücke immer abbiegen! Kucka! Es regnen Torten! Start nach 2, Werns! Achso, der ist halt gleich K.O. Oh! Schade, werden die nicht so automatisch kaputt... Also, dass sie nicht... Mann! Was sag ich denn grad da? Schade, dass die Tortenstücke nicht kaputt gehen, weil man auf sie rauftretet! Oder sonst irgendwas! Oh, der war gut! Aber das war jetzt dein Fehler! Aber das war jetzt dein Fehler! Daniel! Oh! 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 Das hab ich noch gar nicht gekannt! Ever Spirit! Oh! 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 Schon wieder sie? Aber das ist erst mal sie 7er dann! Oder war sie von aufs 8er dann? oder war sie von 8 dann als ersten die nächste aufnahme werde ich den zehnten dann erreichen definitiv ich könnte eventuell noch den 19 dann erreichen je nachdem wie lange es dauert aber 10 dann eher nicht wenn er dann mit glück ja leider wird schon bei dir schon mal so ja komm alter angeblich zweimal nicht getroffen so seid mit ihr deine augen den gebürse aus so ich kann heute noch keine katharina kein gigas kein chahin kein law kein paul kein king ok der ist immer selten kein brian kein dragon auf keine lily kein leo kein akuma und das war schlecht von dir was war das denn mann wieso machst du nicht den rayshark ich hab grad auf rayshark gedrückt und der macht gar nichts reagiert ein geiles solch von mir gar nichts reagiert ich hasse sowas manchmal wenn die nicht reagieren du solltest nach unten schlagen und nicht nach oben wer kam heute noch nicht vor panna kam heute noch nicht vor ok sie kam allgemein auch selten also kommt sie selten vor lee violet ok violet kommt wahrscheinlich nie vor wie kann ich ihn bitte treffen wenn ich nur das knie hoch gezogen habe eigentlich hab ich ihn gar nicht getroffen äh nina kam heute noch nicht vor alisa kam nicht vor und keine ahnung wer noch round one round one oh du geht nerf mich oh 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 nein 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 als steve alter lass dich treffen und auf mich anzugreifen das ist verboten soll ich also wieder einen rayshark machen so ob ich doch noch etwa in 10 minuten katsuya mishima auf den 10. dann erreiche das werden wir erfahren oh gigas oh gigas king ist aber nicht hier ja also also wenn das ink von king weg wäre dann würde ich verstehen nimm katsuya mit k nimm k nimm katsuya mit k pender und die jetzt auch hinter dann wie äh gigas und stoppeter schaden oh nein deswegen hab ich mich gewundert was warum hat sie so viele lebenspunkte grad aber mehr verloren nein aus pender nein oh noch etwa neun minuten hellenbreites grinsen c ach übrigens das mit dragon of mit diesem panzer es war wirklich schon panzer gewesen was ist in der letzten aufnahme hat so nina kaum habe ich hier alle erwähnen kommen die jetzt alle ich war fatima man du nervst mich sch ko round 2 fight ko 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 So. Und wer kommt jetzt? Ein Charakter, der heute schon dran war oder noch ein Charakter, der heute noch gar nicht vorkam. In der Aufnahme zumindest. Ja, Drangnoth. Zwölfter dann! Schade, Fasten perfekt geschafft. Wieso machst du sowas? Du sollst das machen. Etwas und die Scherenhände. Live! Im Spiel! Ach, jetzt wollte ich irgendwie grad den Rage Out machen, aber obwohl der noch nicht aktiviert war. Weiiiin! Final Round. Fight! Nein! Hahahaha! Voll verhindert! Boah, wie ihn weggeschlagen hat grad. Der war gut mit nem Rage Drive. Ich glaube ich hab zu früh gemacht. Oh! 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 Ich glaube ich hab zu früh gemacht. Oh! Doch nicht! Im Kampf mit doppelten Schaden gehe ich kein Risiko ein. Boah, schon die Hälfte. Also über die Hälfte. Mach mal rein, Klack! Mach mal rein, Klack! Oh! Oh cool! Das trifft sich ganz gut! Und genau sie! Wenigstens kann ich sie jetzt besser angreifen und sich da mit Schnelligkeit da, also mit dem Tempokampf da. Fight! Nein! Der hat mein Perfekt reuniert! Oh! Der war gut! Ja, ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt bei Kazooja. Dann werden wir uns das nächste Mal bei einem anderen Charakter sehen. Und der nächste, der rankommt, wird Glied bzw. Violet. Also ich sag dann nur noch Ciao! Eiskalte Erwin. Okay? Tschüssi, ne?